Man muss noch nicht mal mehr den Abschwung sehen, um genau zu wissen, welcher Golfer den Ball weiterschlagen wird. Tatsächlich nicht nur weiter, sondern auch konstanter. Es ist nicht der Fall, dass man spezielle körperliche Voraussetzungen oder ein spezielles Talent benötigt, um diesen besseren Schwung abrufen zu können. Tatsächlich ist es einfach nur eine Bewegung im Verlauf des Rückschwungs, welche diese beiden Schwünge so unterschiedlich werden lässt. Diese eine Bewegung sorgt auch dafür, dass andere Bewegungen im Verlauf des Rückschwungs automatisch richtig werden. Die Rede ist von der Bewegung oder von der Aufladung, wie ich es gerne nenne, des Schultergürtels im Rückschwung. Ich bin mir absolut sicher, dass du den Ball weiterschlagen wirst, wenn du die Übung, die wir am Ende des Videos besprechen, richtig durchläufst. Es geht gar nicht anders. Diese Bewegung gilt natürlich für alle lange Schläge, ganz egal, ob du ein Eis in der Hand hast, ein Hybrid, ein Fairway-Holz, ein Driver. Bitte mach diese Bewegung immer. Warum kann ich dir wirklich versprechen, dass du den Ball weiterschlagen wirst? Da haben wir vier Gründe. Erstens, wenn du den Schultergürtel richtig einsetzt, wird der Schwungumfang größer. Dein Rückschwung wird länger. Dadurch hat der Schläger mehr Strecke, die er zum Ball zurücklegt und wird darüber höhere Geschwindigkeiten erzeugen. Der zweite Grund ist, dass wir einfach die Muskulatur richtig aufladen, wie als ob wir eine Feder spannen würden. Und diese Feder kann dann umso kraftvoller, umso schneller in Richtung Ziel entladen werden. Gleichzeitig ist es so, dass wir einfach ein Körpersegment mehr nutzen. Ganz viele Golfer nutzen den Schultergürtel einfach überhaupt nicht. Wir haben ein Körpersegment mehr zur Verfügung, um Energie erzeugen zu können. Und über eine günstige Kopplung können wir eben die verschiedenen Körpersegmente sinnvoll aneinanderreihen und noch höhere Geschwindigkeiten erzeugen. Der letzte Punkt ist dann, dass wir wirklich eine optimale Verschaltung kreieren, sozusagen Warenlag könnte man schon fast sagen. Also es ist nicht der Fall, dass Geschwindigkeit nur davon abhängt, dass praktisch Winkel zwischen dem Vorderarm und dem Schläger passend erzeugt wird. Sondern wir wollen wirklich das Hand-Arm-System quasi zurückhalten. Wir wollen es nicht zu schnell vor uns bringen, sondern wirklich zurückhalten, hinter uns lassen. Und dabei ist eben diese Bewegung des Schultergürtels, die zwar im Rückschwung erzeugt wird, natürlich aber dadurch auch im Abschwung noch da ist. Dabei ist das eine elementare Bewegung. Und jetzt kann nämlich der Schläger umso schneller in Richtung Ziel schon wirklich geschleudert werden. Direkt mit Beginn des Rückschwungs sollten wir anfangen, die Bewegung des Brustkorbes von der Bewegung des Schultergürtels zu trennen. Das ist nicht so einfach, weil es wenig intuitiv ist. Es ist nicht so, dass wir viele alltägliche Bewegungen haben, bei denen das jetzt auch vorkommt. Und deswegen ist es ja so verständlich, dass eben Golfer den Oberkörper letztlich als eins betrachten. Sie drehen den Unterkörper und den Oberkörper. Hier haben sie allerdings gar keine Diskrepanz zwischen der Bewegung Schultergürtel und Brustkorb. Wenn ich jetzt einfach mal diese Diskrepanz erstelle, den Schultergürtel auflade, dann siehst du, wie viel besser diese Position aussieht. Ich spüre es auch, wie viel athletischer, wie viel Geschwindigkeit da gleich erzeugt wird. Du sahst auch, dass andere Bewegungen sofort besser geworden sind. Das heißt nicht, dass du ein Top-Athlet sein musst, aber es ist durchaus so, dass das anstrengend ist. Nicht verletzungsrisikobergend, aber anstrengend. Und was viele Golfer davon abhält, ist, dass sie denken, naja, aber bei Profis, da sieht das doch so mühelos aus, so locker aus. Bei Profis sehe ich doch, dass sie gar keine große Anstrengung scheinbar haben und den Schläger allerdings so effizient beschleunigen. Und genau das ist nicht der Fall. Es entsteht eben ein richtig guter Rhythmus in ihrem Schwung. Sie beschleunigen den Schläger auf eine richtige Art und Weise und das ist scheinbar mühelos. Man kann aber zum Beispiel bei Rory McIlroy wirklich hören, ein Geräusch während seines Schwunges, was tatsächlich eben von dieser hohen Spannung zeugt. Es ist definitiv der Fall, dass eine hohe muskuläre Spannung und Arbeit notwendig ist, um diese effiziente Beschleunigung des Schlägers herbeizuführen. Wirklich locker sieht es vielleicht von außen aus, fühlt sich aber definitiv für den Golfer nicht so an. Ich würde mich total freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst. Es ist völlig kostenfrei und du verpasst kein weiteres Video mehr. Über das regelmäßige Gucken unserer Videos kannst du das Verständnis des Golfschwungs und damit deinen Golfschwung deutlich verbessern. Gleichzeitig bin ich mir sicher, dass auch Freunde und Bekannte von dir von diesem Video profitieren werden. Du kannst es ihnen sehr gerne teilen. Die beiden folgenden Dinge, bin ich mir sicher, hast du so noch nie gehört. Ich mache es mal zur leichteren Veranschaulichung nur mit dem linken Arm vor. Wenn wir den Schultergürtel direkt mit Beginn des Rückschwungs richtig einsetzen, dann ist es so, dass praktisch der äußere Teil meiner Hand, so die Kleinfingerseite, gegen das Ende des Griffes, gegen diesen Punkt drückt. Und wenn das der Fall ist, dann entsteht automatisch ein Handgelenkswinkel. Wir winkeln also automatisch richtig. Wenn ich quasi gegen diesen Punkt drücke, dann kommt das andere Ende des Schlägers, der Schlägerkopf, nach oben. Es entsteht also quasi automatisch Handgelenkswinkel. Ganz schön cool, oder? Der zweite Punkt ist, dass der linke Arm auch dadurch automatisch gerade wird. Und das ist so ein wichtiger Punkt und so eine große Misskonzeption. Golfer sehen immer bei Profis, dass im Verlauf des Rückschwungs der vordere Arm, der linke Arm als Rechtshänder so schön gerade aussieht. Und es ist ja auch überhaupt nicht falsch, den linken Arm gerade zu haben per se. Falsch wäre allerdings zu denken, dass es nur darum ginge und man jetzt praktisch Spannung in den linken Arm reinbringt. Denn das sorgt dafür, dass ich gerade die Aufladung des Schultergürtels letztlich unterdrücke. Ich blockiere damit den Körper. Profis geht es weniger um das gerade Halten des linken Armes, sondern um diese Aufladung des gesamten Körpers. Wenn ich den Schultergürtel auflade, dann spürt man sofort, dass nicht nur der Schultergürtel sich der ganze Körper so richtig athletisch und bereit für hohe Geschwindigkeiten fühlt. Und genau das ist das Gefühl, nach dem Profis suchen. Und es ist eben so, wenn ich den Schultergürtel auflade, wird quasi automatisch der linke Arm gerade gedrückt. Es ist aber eben funktional ein Riesenunterschied, einfach nur den linken Arm gerade zu machen, damit den Rest des Körpers allerdings zu blockieren. Oder den Schultergürtel aufzuladen, damit den ganzen Körper perfekt vorzubereiten und dabei in Anführungszeichen zufällig auch den linken Arm gerade zu drücken. Ich habe jetzt primär mit dem linken Schultergürtel demonstriert. Und tatsächlich muss das auch als erstes geschehen. Es fängt direkt mit Beginn des Rückschwungs an, dass der linke Schultergürtel quasi so weit wie möglich nach rechts rüber gedrückt wird, ohne dass der gesamte Körper mit rüber geht. Ganz im Gegenteil, der Schultergürtel wird nach rechts gedrückt, während der Oberkörper eher schon fast in die andere Richtung gedrückt wird. Und wir hier diese Diskrepanz und Ladung oder Spannung im positiven Sinne erzeugen. Natürlich wollen wir aber auch die rechte Seite passend mitnehmen. Und hier ist es so, wenn die linke Seite eben nach vorne oder jetzt im Schwung betrachtet in dieser Phase eher nach rechts kommt, dann würde eben der rechte Schultergürtel eher nach hinten kommen. Das ist allerdings ausdrücklich nicht die gleiche Bewegung, wie der rechte Ellenbogen zieht nach hinten. Das wollen wir nicht. Und dadurch könnten wir auch den Schultergürtel nicht richtig bewegen. Denn wenn jetzt eben der linke richtig angefangen hat, die richtige Bewegung des rechten Schultergürtels wäre eben nicht mit nach rechts zu kommen, sondern in die gegenteilige Richtung aus meiner Sicht jetzt eher so nach links hinten gedrückt zu werden. Am Ende des Rückschwungs sehe ich auch immer sehr gerne den rechten Schultergürtel auf dieser Seite des Kopfes. Das bedeutet, dass man nicht nur die linke Seite, sondern auch die rechte Seite passend aktiviert hat. Und dafür müssen wir tatsächlich eher das Gefühl haben, mit der rechten Hand gegen die linke zu drücken. Der Anfang der Lebenslinie, der rechte Hand, der rechten Hand drückt so etwas überhalb des Daumengrundgelenks der linken Hand gegen diesen Punkt. Und wenn ich jetzt dagegen drücke, die rechte Hand wirklich weg von mir drücke, dann bringt es den Schultergürtel in die richtige Position. Bevor wir auf die so entscheidende Übung zu sprechen kommen, möchte ich dich darauf hinweisen, dass du dich für ein kostenloses individuelles Analysegespräch bewerben kannst, bei dem wir dir deine individuellen Ursache-Wirkungsketten aufzeigen, nachdem du uns deine Schwungvideos zugesendet hast. Den Link dazu findest du unter dem Video in der Beschreibung. Der erste Schritt der Übung besteht darin, dass du nur mit der linken Hand greifst und den linken Arm in etwa parallel zum Boden platzierst. Ganz bewusst sogar erstmal anwinkeln. Und jetzt sorgst du dafür, dass du deinen linken Schultergürtel so stark wie möglich nach rechts rüber drückst. Das Entscheidende ist, dass du wirklich spürst, es wird eine maximale Diskrepanz erschaffen. Der Oberkörper fühlt sich sogar eher, also der Rest des Oberkörpers fühlt sich eher sogar nach links bewegend an, während sich der Schultergürtel, der linke, so stark wie möglich rechts rüber bewegt. Wie du siehst, mein Kopf wandert nicht mit nach rechts. Jetzt solltest du eben dieses Phänomen auch spüren, dass du dabei nicht wirklich versuchst, den linken Arm unter Spannung zu bringen, gar nicht versuchst, den linken Arm gerade zu machen. Das allerdings ein Produkt ist der Bewegung des Schultergürtels. Im zweiten Schritt versuchen wir nun, diese Struktur aus der Ansprechhaltung heraus zu erzeugen. Weiterhin erstmal nur mit dem linken Arm. Hier kommt dann auch das andere Phänomen zustande, dass eben diese Bewegung des Schultergürtels den Handgelenkswinkel automatisch erzeugt. Erinnere dich dran, die Kleinfingerseite der linken Hand drückt nach unten schon quasi und gegen das Griffende und dadurch entsteht der Handgelenkswinkel. Es wäre nämlich auch gar nicht so einfach, jetzt nur mit der linken Hand aktiv Handgelenkswinkel zu erzeugen. Da wirst du merken, das ist schon ganz schön schwierig. Aber diese Bewegung des Schultergürtels erzeugt das für uns ja zum Glück automatisch. Wenn du merkst, es klappt trotzdem nicht, dann ist einfach der Griff mit der linken Hand nicht wirklich funktional. Dazu verlinke ich dir ein Video am Ende dieses Videos. Im dritten Schritt nehmen wir nun die rechte Hand mit dazu. Wir begeben uns diesmal mit beiden Händen am Griff wieder in die Position linker Arm parallel zum Boden. Wieder ganz bewusst erstmal in so einer eher lockeren Position mit gebeugtem linken Arm. Jetzt drückst du die linke Seite weg, wie du schon kennst und sorgst dafür, dass auch der rechte Schultergürtel nun nach hinten gedrückt wird. Die rechte Hand drückt gegen die linke Hand und das sorgt dafür, dass der rechte Schultergürtel nach hinten gedrückt wird. Nun fühle ich sowohl in der linken als auch in der rechten Seite diese Aufladung. Im vierten Schritt führen wir nun den gesamten Rückschwung durch mit beiden Händen an dem Schläger. Sowohl der linke Schultergürtel, wie gesagt, als erstes und dann relativ bald danach können wir auch den rechten Schultergürtel aktivieren. Ich spüre jetzt in der Kombination fällt es mir natürlich sehr viel einfacher. Anstrengend ist es sicherlich immer noch ein kleines bisschen, aber ich spüre, ja, ich kann es gar nicht erwarten abzuschwingen und den Ball richtig weit zu schlagen. Im fünften Schritt schlagen wir nun auch einen Ball, gerne von einem Team mit einem mittleren Eisen. Wichtig ist jetzt, dass wir deinen Körper schulen, nur noch aus der perfekt aufgeladenen Position abzuschwingen. Das bedeutet, dass du ausholst und ganz bewusst eine Pause machst, innehältst und nochmal nachlädst und wirklich spürst, erst wenn du in der Position, wie du es dir in den vorherigen Schritten erarbeitet hast, erst wenn du dich in dieser Position fühlst, schwingst du ab. Das wird natürlich bedeuten, dass es schwierig wird, den Ball sauber zu treffen, der Kontakt nicht so gut ist. Ganz egal, es geht darum ausschließlich, dass du die perfekte Position am Ende des Rückschwungs erreichst und nur noch aus dieser abschwingst. Im sechsten Schritt schlagen wir nun auch einen Ball. Wichtig ist, vor jedem einzelnen Schlag dir nochmal im Probeschwung das Gefühl erarbeitet zu haben, wo du hin willst. Selbst wenn du das schon länger jetzt trainiert hast, der Körper braucht jedes einzelne Mal direkt vor dem Schwung mit Ball das Signal, wo er hinarbeiten muss. Kontrauen Kontraue Wir machen Teach Es Tisch Bis jetzt Can Komm 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 Komm